Für RTL war die erste Old-Stars-Staffel des Dschungel-Camps, die anlässlich des 20. Geburtstags des Kultformats im Mai in Südafrika gedreht worden war, ein voller Erfolg. Zwar waren die Einschaltquoten des Showdown der Legenden im Spätsommer zur besseren Sendezeit trotzdem nicht so hoch wie bei den normalen Staffeln im kalten Januar, dennoch wird man in Köln zufrieden gewesen sein. Dschungel-Camp, Einschaltquoten für RTL ein Erfolg. So holten einzelne Folgen immer wieder den Primetime-Sieg, bis zu 2,52 Millionen Zuschauer sahen abends im linearen Fernsehen zu, wie sich 13 Prominente im Urwald Ekelprüfungen und vor allem ihren Mitkampagnen stellten. Über das Streaming-Portal RTL+, wo die Folgen jeweils einen Tag vor Ausstrahlung im Free-TV zur Verfügung standen, kamen sicherlich noch einige dazu. Die legendäre Stunde danach ebenfalls erfolgreich. Erfolgreich war auch die legendäre Stunde danach mit Olivia Jones und Angela Fingererben. Dank zahlreicher Streitereien der legendären Stars, Julia Siegel verließ sogar das Studio. Als Kaderlot und Dani Büchner zugeschaltet wurden, verfehlte die Anschlusssendung die 1,5 Millionen Zuschauer teils nur knapp. Dschungel-Camp-Gewinnerin Georgina Fleur über ihre Mitstreiter.grund waren die zahlreichen Streitereien. Die sich die 13 Legenden während der Dreharbeiten geliefert hatten. So erklärte Georgina Fleur nach ihrem Sieg gegenüber RTL, dass die ganze für sie ein Love-Light gewesen sei. Alles hier war doppelt so schwer wie damals in Australien, wirklich hart. Am meisten aber habe sie unter der angespannten Atmosphäre und den Streitereien gelitten. Fleur, es war irgendwie glaube ich diese Kombi, diese Kombination hat diesen explosiven Cocktail zusammen gemixt. Ganz unerträglich. Trotz der heftigen Diskussionen verzichtet RTL im Fall der Legenden-Staffel auf eine Wiedersehensshow, bei der sich die Kandidaten aussprechen. Das bestätigte der Sender auf Rückfrage. Tatsächlich hätten die Fans das erahnen können. Nach ihrem freiwilligen Ausstieg erklärte Hanker Rackwitz in die Stunde danach, dass das ihr letzter TV-Auftritt gewesen sei. Auf den sozialen Netzwerken lieferten sich die Promis von Elena Miras über Erik Stehfest bis Thorsten Legat ohnehin immer wieder den einen oder anderen Schlagabtausch. Sarah Knappig, die zuletzt viel Kritik für ihren Auftritt in der Show einstecken musste, ließ über die Stunde danach sogar verkünden, dass es ihr aktuell so schlecht gehe, dass sie kein Interview geben möchte. Laut Olivia Gions war Gigi Berufio zwischenzeitlich gar nicht mehr erreichbar. Elena Miras äußert sich. Versöhnliche Worte gab es von Elena Miras. In die Stunde danach erklärte, sie, im Camp tolle Menschen kennengelernt zu haben, auch wenn das wegen ihres Instagram-Streits mit Georgina Fleur im Nachhinein anders gewirkt habe. Oder? Untertitelung des ZDF, 2020